Hey, und willkommen zu einer weiteren Folge Rocket Leagur mit dem Kronobi, Kronöbchen zusammen. Mein neuer bester Freund, der sich schon all die Jahre begleitet habe durch sein Leben. Nein! Oh ja, Gott sei Dank, Kno-Kno-Bobi hat den Tag gerettet. Ich mag den Seel. Wie heißt der? Sekunde. Ich guck's mal gleich. Und er geht rein nach Kronu... Ach, Kronobi. Wow. Geiler Name. Oh, wir spielen gegen zwei Meister. Oh. Das ist ja sehr spannend, Alter. Ach, äh, übrigens, es kann sein, dass es euch auffällt. Meine Stimme ist noch ein bisschen kaputt. Ich hab ja schon bei Twitter geschrieben. Dass ich... Neuerkrank geworden bin. Nein, Kno-Kno-Bobi. Ach, Gott sei Dank. Ja, ich bin's immer noch, aber... Ich lass kein Video ausfahren, Leute. Ich lass es nicht zu. Nein, nein, nein. Komm. Ja, easy. Ich lass das nicht zu, Leute. Keine Krankheit kann ein Video bei mir ausverlassen. Ach, shit. Das Gute war, dass ich zuvor richtig viel vorproduziert habe. Also für 18.30 Uhr, nicht für... Nein! Für den 16.30 Uhr Slot. Ja, und deswegen... Nimm ich doch schnell auf, dann schneide ich noch ein paar Stunden und dann... Geh ich wieder ins Bett, Leute, dann... Dann geh ich wieder ins Bett. Alter, wie geil war der denn? Ach, schade. Das ist traurig. Aber Kno-Kno-Bobi rettet den Tag. Ich sag's euch. Oh! Hä? Alter, wie konnte ich den denn nicht? Kno-Kno-Bobi, hallo? Zack! Pow! Oh, Mann! Nein, ich wollte dich nicht wegschubsen, Kno-Kno-Bobi. Ja, 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 ja. Easy. Easy, live, easy game. Das ist mein Motto. Das ist, glaub ich, auch sein Motto. Na, gucken. Also gewinnen wir das auf jeden Fall. Oh, das hat nur die... Was hab ich denn gemacht? Das hat nur die Frage, wie knapp das Ganze wird. Ach, scheiße. Ich könnte mich denn da gerade verdrücken. Oh. Na, ich hab mir mal noch bekommen, aber halt nicht gut, ne? Ja, ja, fuck, das war richtig schlecht. Aber was soll's. Steht ja noch 2-0 für uns. Pow! Oh! Oh, ich meinte natürlich 3-0. Komm, surrender, bitte. Bitte, surrender. Bitte. Ach, Mann, dann nicht. Dann noch nicht. Wär doch echt jetzt mal ne Zeit, oder nicht? Hä? Meint er nicht? Wenn doch, dann schreib's in den Kommentar. Er hat ihn, er hat ihn reingemacht. Ich schreib mal Danke. Er hat ihn einfach reingemacht. Lol. Zack. Der wär dran vorbei und... Bam. Oh, Mann. Vor allem, manchmal, wenn ich sehe, dass ich den, den Ball eh nicht richtig bekomme, dann probiere ich das. Ich probiere tatsächlich, den so zu machen, dass der Gegner den fast oder... Ja, was heißt fast? Dass der den eventuell reinmacht. Indem man den wirklich direkt auf den Gegner spielt und... Die wollen den dann ja auch treffen, weil sie denken, der geht sonst rein. Also, das denkt man ganz oft. Komm schon. Ach, fleck mich doch im Arsch, Konobi, jetzt holen die ja. Ach, Mann. Ui. Nein. Boah. Alter, wär das ein Luckshot gewesen. Oh. Gut. So kann man natürlich auch dann antworten. Geht doch. Was? Ach, Leute, habt ihr das schon bemerkt? Ich hab nen Propeller an meinem Kopf. Denn ich fahr gerne Flugzeug. Oh, ich hab... Ich hab Konobi verloren. Warum? Warum? Wo ist der? Oh. Pow. Ja, das war... Wär jetzt der andere da gewesen, wäre das durchaus ne... Sogenannte Fallage. Oh. Ach, sch... Ach, Mann. Oh. Komm. Ach, extra ein bisschen höher geschwungen, sonst hätte der mich nach und da weggerammt. Und... Ach, schade. War mal ein nicer try. Pow. Komm, 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 komm. Komm schon. Ich hasse den. Wo ist mein Konobi, wenn ich ihn mal brauch? Doch. Konobi hat den reingemacht. Was der jetzt wohl macht. Was der wohl abgeblieben ist. Ach, ich dachte mir schon, dass es nichts bringt. Oh, lol. The fuck. Ach, scheiße. Ey, wenn der jetzt reinrollt, ne? Ja, ich wollte schon sagen. Lol. Rafflecopter. Oh. Ja. Ach, nein. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Und... Noch mal. Ja. Alter. Wie... Was war... Hä? Wie bin ich denn jetzt so langsam geworden? Holy moly, ey. Oh, Mann. Was habe ich da für einen Maid? Der ist ganz... Ganz komisch und schlecht. Hab ich das Gefühl. Ja, ist er. Der trifft nie einen Ball. Nie. Komm, was macht der da? Ja. Ich wollte schon sagen. Ey, hätte der sich jetzt das Tor gegrabt. Macht die ganze Zeit gar nichts. Trifft den Ball nie. Und dann zack so... Einfach direkt vorm Tor. Oh, den mache ich rein. Den mache ich rein. Ja. Und dann kommt der Manuel. Und ballert den einfach mal... Komplett rein. Die... Was? Die haben schon so viel gespielt, dass sie Legende sind. Ich glaube, Legende kommt nach Meister. Alter. Alter. Das wundert mich echt, dass die da noch hier in diesem Gold-2-Ranking abgammeln. Bei Gold-2. Nein! Was für ein... Och. Scheiß. Dann bounced er nochmal ab. Weiß ich nicht. Also ich würde einfach... Zumindest von Gold-3 oder so ausgehen. Wenn man so viel gespielt hat. Vor allem... Ich habe jetzt irgendwie schon seit vier Tagen oder so nicht mehr gespielt. Und trotzdem bin ich hier immer noch der, der King, Alter. Ich bin der King. Oh nein. Habe ich den noch getroffen? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Ui. Nein! Krass, dass du den bekommen hast, Alter. Es ist... Nein. Es ist eine echte Legende. Ich darf dir die Gegner nicht flamen, Mann. Sobald man die flamen, findet ihr gut. Auch wenn sie es gar nicht mitbekommen. Verstehe das nie. Ich verstehe das nie. Oh, ihr ist auch Meister. Alter, was habt ihr denn alle so eine hohe... Stufe? Also es sagt nur aus, eigentlich wie viel man gespielt hat. Nicht wie gut man ist. Weil, äh... Ja. Man halt ganz normal levelt und... Mit 10 ist man ein Anfänger. Ne. Semiprofi. Mit 20 ist man ein Profi. Mit 30 ist man... Ach, keine Ahnung. Aber ich bin auf jeden Fall level 40. Oh mein Gott, Alter. Was war das denn für ein Shot? Warte mal, level... Oder level 10 Anfänger? Das kann auch sein, genau. Level 10 Anfänger. Level 20 Semiprofi. Level 30 Profi. Level 40. Das, was ich bin. Was bin ich denn? Ich bin auf jeden Fall level 43 ungefähr. Ich weiß es aber nicht. Komm. Ah, shit. Was? Dann werden sie noch belohnt. Dann werden sie einfach noch belohnt. Pow. Ah, shit. Da wollte ich auch mal was risken. Und hab verloren. Einfach verloren. Komm. Und er macht ihn rein. Er macht ihn einfach rein. Nice. Das war cool. Da, guckt euch das an. Der rollt und rollt. Werde denn so... Ich glaub, der wäre noch nicht... Ich glaub, der hätte sich noch mal ein bisschen gedreht an der Kante. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Alter. Alter, der hat ihn... Nein, shit. Ich wollte ihn direkt reinmachen. Nein. Das kann... Das ist doch nicht wahr, oder? Oh mein Gott. Und dann noch so viel Glück, dass er sich noch reindreht. Bei mir wäre der wahrscheinlich dann wieder komplett in die Entgegensetz-Richtung gesplasht. So eine Scheiße, ey. Aber wir werden eh noch gewinnen. Wir gewinnen eh noch. Ich sag's euch. Ihr werdet schon sehen. Ihr werdet schon sehen. Und wenn nicht, dann liegt's nur daran, dass ich meinen Kenobi verloren hab und trauere. Oh, shit. Oh, shit. Das war... Crazy. Äh... Ank. Hä? Eigentlich hat der Gegner den reingemacht. Mann, warum kriegt der die ganzen Tore? Ich hab den gemacht. Oh, shit. Ich bin weg. Ich bin weg. Den musst du haben, der Junge. Er hat sich gegen gewehrt. Er hat sich gegen gewehrt. Und... Ja. Oh. Alter. Okay, okay. Alles okay. Das war schon wieder so eklig, ne? Pow. Oh. Nein, warum hat der denn nicht mal ein bisschen mehr Wucht? Ein bisschen mehr. Und der Typ hat mich gerade so dreckig weggeräumt, ey. Was soll das denn? Oh, shit. Oh, shit. Komm. Warum gehst du nicht drüber? Schreib's mal gerne in den Kommentaren, Ball. Kann ja sein, dass der bei meinen Videos guckt. Du kannst ja das mal gerne reinschreiben. Reinschreiben. Oh. Was ist das denn? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist ganz böse. Oh, shit. Ja, Mann. Oh, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Zack. Nein, mein Mate hat mich aber weggekickt. Und, ja, Gott sei Dank, nur weil ich den anderen getötet habe, hatten wir die Zeit. Ich hätte gelacht, wenn auf einmal von rechts der Typ gekommen wäre, den ich gerade eben zerstört habe. Aber der ist Gott sei Dank auf der anderen Seite gespawnt. Das, äh, da haben wir nochmal Glück. Haben wir echt nochmal Glück. So, jetzt bitte nicht ein Tor fräsen. Bitte nicht. Bitte nicht sofort. Ja. Oh nein, ich hab kein Nitro. Zack. Okay. Wir könnten auch ein Tor machen. Wir könnten es schaffen. Okay, das wird nichts. Zack. Und. Next try. Probier's jetzt. Komm schon. Dann. Es hat sich vor jetzt. Es hat sich vor jetzt. Es hat sich vor jetzt. Oh. Ich dachte eigentlich, der kriegt den. Zack. Okay. Bringt jetzt nicht viel, was ich da getan habe. Ich geh mal zurück. Und mein Mate kriegt den natürlich. Warte, den mach ich. Alter, ich dachte, der macht den zu uns. Lol. Ach, schade. Komm. Den machst du jetzt, oder, Mate? Mate. Ach, oder auch nicht. Wofür ist der denn? Was? Oh. Oh Gott. War gut von ihm. Das war gut. Wir haben ihn zwar besser bekommen. Aber es war trotzdem nicht schlecht. Okay. Was machen wir denn jetzt? Oh, nein. Ich hatte Angst, dass man Nitro leer geht. Deswegen habe ich ihn einfach irgendwie schnell getroffen. Hätte einfach Angst, Leute. Glaubt ihr mir das? Bitte? Oh, shit. MLG Manual ist back. In business. Hä? Wer kann denn damit rechnen, dass sie nichts machen? Ach, leck mich doch. Oh, fuck. Den muss er haben. Naja, muss er nicht, aber... Wäre schon ganz nett. Uiuiui. Okay. Ah, shit. Komm. Machen, machen, machen. Und? Alter, ich dachte schon, so einen einfachen Ball kriegt der nicht. What the fuck? Okay, okay. Den kriegst du. Das ist easy. Genau. Ja, das wird aber leider kein Tor. Oh, fuck. Aber besser als uns. Besser als uns. Hä? Ich habe gesagt, besser als uns. Nicht, dass er den jetzt so spielen soll, Alter. Was soll das? Oh, shit. Oh, shit. Nein, 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 nein. Nein, nein. Oh, was ein dreckiges Tor. Aber egal. Die waren gut. Das waren echt gute Spieler. Kann man nicht anders sagen. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Aber gut, dann bewerten wir den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dann.